Herzlich Willkommen bei MAJIT Gebäudereinigung, Ihrem professionellen Ansprechpartner für gründliche Sauberkeit in Stuttgart. Unser umfangreiches Leistungsspektrum beinhaltet unter anderem die Unterhaltsreinigung, Glas- und Fensterreinigung sowie Teppich- und Polsterreinigung. Gerne übernehmen wir zusätzlich Hausmeister- und Winterdienste sowie die Pflege von Außenanlagen. Unser qualifiziertes und geschultes Team mit langjähriger Erfahrung sorgt mit modernen und umweltfreundlichen Reinigungstechnologien für einen tadellosen Zustand Ihrer Objekte. Werden auch Sie ein zufriedener Kunde und kontaktieren Sie uns jetzt. Wir freuen uns auf Ihre Anfrage.